Vielleicht kann ich auch Michael ein bisschen interviewen. Michael, du schreibst ja viele Bücher. Ist gerade wieder eines in Bearbeitung? Dürfen wir bald mit einem weiteren rechnen? Tatsächlich ist gerade eins fertig geworden, das in den nächsten Tagen in den Handel kommt, zu Java 9 bis 14. Und weil ich es einfach nicht sein lassen kann, bin ich tatsächlich dabei, noch an weiter zu schreiben, nämlich zu Java Puzzeln. Java Challenge heißt das Buch. Und auch da ist das Thema Unit Testing natürlich ganz prominent. Es sind viele kleine Lösungen zu Übungsaufgaben und die werden sehr häufig in Form von Unit Tests geprüft. Und in der Vergangenheit hatte ich zuerst das Testen mit der JShell ein bisschen gemacht und es hat sich wieder gezeigt, Unit Tests zu schreiben ist immer gut. So findet man doch den ein oder anderen Bug in seinen Musterlösungen. Insofern, ja, JUnit 5 ist da eine ganz tolle Hilfe und ein paar von den kleinen Details, die ich gelernt habe, werde ich heute auch noch erzählen. Okay, cool, da können wir uns auf ein neues Buch freuen. Vielleicht noch in der Zwischenzeit. Wir machen hier gerade ein bisschen Pausenfüller bis hoffentlich alle angemeldeten Teilnehmer das E-Mail mit dem neuen Link bekommen haben. Wir hatten ein kurzes technisches Problem, dass wir nur mit einem neuen E-Mail-Versand lösen konnten mit einem neuen Link zum Webinar und Ursula und Markus haben da gerade im Hintergrund stark gewerkelt und die E-Mails sind jetzt noch am versenden und wir müssen hier noch ein paar Minuten überbrücken, damit wir dann wirklich möglichst viele auch mitnehmen können. Da die Java Puzzles, die du angesprochen hast, kommen die, sind die quasi aus deinem IT-Alltag auch entlehnt? Also all diese Facepalms, die du siehst, wenn du vielleicht irgendwo in ein neues Break kommst oder woher kommen die? Die kommen zum Teil auch aus dem realen Leben, aber einige habe ich mir einfach auch ausgedacht und wenn man dann, das ist irgendwie so, wenn man an einer Sache ist, dann kommen immer wieder neue Ideen zu, ja, die ähnlich sind und dann liest man auch viel in dem Bereich und auf einmal ergibt sich das eine und dann kommt das eine zum anderen. Das ist ja dann ganz überraschend, wenn man so ein neues Thema mal beackert, wie viel Literatur es dann zum Teil schon so was gibt und eigentlich die Idee ist so ein bisschen geboren worden, weil ich immer schon mal gefragt wurde, hast du nicht mal so ein paar Übungsaufgaben und dann kam mir irgendwie, konnte ich nicht sagen, ja, ich habe Übungsaufgaben und auch bei uns in der Firma, wenn wir neue Leute haben, ist es ganz praktisch, wenn man da eben zum Einstieg nicht direkt mit dem Nutzcode loslegt, sondern einfach mal so Problemlösungsstrategien erlernt und das an kleinen in sich abgeschlossenen Beispielen und ja, für einen selbst ist es auch immer wieder spannend, wie mit welchen Tricks man Dinge lösen kann, klingt vielleicht sehr kompliziert, die Problemstellung und nachher gibt es eine verblüffend einfache Lösung. Okay. Wie viele von den Büchern in deinem Hintergrund sind von dir? Ich habe sie alle gelesen, aber es gibt tatsächlich, weiß ich nicht, fünf bis zehn sind von mir. Und zum Teil natürlich auch neue Auflagen, oder? Also respektive für eine weitere Java-Version, für eine weitere JUnit-Version. Genau. Frage an die Technik, wie sind wir mit dem Anmeldestand? Sollen wir loslegen? Sollen wir noch ein bisschen warten? Wir sind schon wieder auf 172 Teilnehmer. Uh, das ist ja, sieht nach einer schnellen Erholung der Krise aus. Ja, das kam glücklicherweise anscheinend sehr viele auf die Ideen, dann nochmal kurz ihre E-Mails zu checken, um an den neuen Link zu kommen. Und die andere Kommunikation hat wahrscheinlich auch gut funktioniert. Also für so kurzfristig vorher eine Änderung bin ich sehr erstaunt, dass das so rasch geklappt hat. Ich würde sagen, noch ein oder zwei Minuten und dann gehen wir los. Ja, okay. Vielleicht können wir auch, ich weiß nicht, ob Markus, Michael das auch schon im Programm eingebaut hat. Normalerweise machst du diesen Vortrag ja als Webinar. Wir wollten den ja eigentlich vor etwa einem Monat, glaube ich, als Webinar durchführen. Ähm, musstest du jetzt viel umstellen für, äh, um das in einen Vortrag umzuwandeln? Ähm, eigentlich habe ich die Folien nur minimal angepasst. Ähm, was jetzt halt, ähm, wegfällt, sind, äh, die ganzen Übungsaufgaben. Ähm, das ist, denke ich, sinnvoll, dass man das, ähm, dann später für sich selbst macht. Also da werde ich dann auch noch an, äh, die Jux die entsprechenden Unterlagen, äh, schicken, so dass ihr euch das dann nachher anschauen könnt. Also es ist immer ja so eine Sache, äh, eine Präsentation ist schön und gut, aber wenn man das nur aufnimmt und, ähm, ja, so am Feierabend, dann geht auch vieles vielleicht wieder verloren. Ziel ist einfach, heute euch auf den Geschmack zu bringen, JUnit 5 euch anzuschauen und da, ähm, dann einfach das mal hands-on auszuprobieren. Aber das müsste dann halt diesmal danach auf freiwilliger Basis irgendwann im Laufe der nächsten Wochen passieren. Und ich kann es nur empfehlen, weil JUnit 5 ist wirklich ein ganz tolles Framework, macht sehr viel Spaß. Ähm, also ich glaube, jetzt gibt es kaum noch einen Grund zu sagen, ich habe keine Lust, einen, äh, Unit Test zu schreiben. Mhm. Endlich. Endlich, ja. Okay, ähm, Markus, was denkst du? Sollen wir loslegen? Ich würde sagen, ja. Ich stimme aus dem Off, gibt das okay. Vielen Dank. Ähm, also, äh, danke auch, äh, schon mal an euch, äh, äh, als Zuschauer, dass ihr, äh, noch ein paar Minuten gewartet habt und für diese letzte Minutenänderung, ähm, äh, äh, vielen Dank auch schon mal an, äh, Michael, dass du hier bist. Äh, wir haben ein paar organisatorische Dinge, äh, und danach werde ich dann auch gleich, äh, Michael übergeben. Äh, äh, so geht die Bedienung, genau, ähm, ähm, äh, also, vielen Dank, Michael, dass das heute geklappt hat, auch mit der Verschiebung. Leider ist uns da da ein kleines, äh, äh, Ding dazwischengekommen, das da so durch die Bevölkerung geistert. Ähm, ähm, äh, dann vielen Dank an euch alle, die ihr hier seid, äh, der Vorteil ist, äh, wir können, äh, mit der Ausführung oder Durchführung als Vortrag natürlich jetzt auch viel mehr Leute erreichen. Angemeldet waren, glaube ich, 220, äh, Personen. Beim Workshop hätten wir, glaube ich, äh, ein Limit gesetzt, ein bisschen weiter unten. Ähm, vielen Dank auch an unsere Sponsoren. Ihr wisst, dass der, äh, dass die Java User Group ein Verein ist. Äh, 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 wir, äh, können, äh, diese Vorträge durchführen dank eurer Unterstützung als Vereinsmitglieder und, äh, vor allem aber auch durch die Unterstützung der Sponsoren. Also vielen Dank auch an euch alle, äh, damit das klappt. Und, äh, gerade heute auch vielen Dank an Ursula Burri, die, die ganze Administration für uns erledigt, die Anmeldung, die E-Mails im Vorfeld verschickt, die Webseite pflegt. Und vielen Dank auch an Markus, der, äh, die ganze Technik heute regelt, damit, äh, Michael und ich uns auf, äh, den Vortrag konzentrieren können. Ähm, an dieser Stelle fällt mir gerade ein, dass mein Name hier falsch ist. Also ich bin nicht Michael Enten, ich bin Daniel Eichhorn. Da hat etwas, äh, bei der Anmeldung nicht ganz geklappt. Ähm, genau. Und, ähm, ja, wieso machen wir das als Webinar? Ich glaube, inzwischen ist das wahrscheinlich klar. Wir dürften das nicht, äh, durchführen, äh, mit mehr als fünf Leuten. Deshalb sind wir heute, äh, äh, virtuell unterwegs. Ist ja nicht das erste Webinar, das wir jetzt mit Java User Group, äh, gemacht haben seit dem Ausbruch, äh, der, äh, dieses Corona, äh, ähm, Virus. Und, äh, das klappt in der Regel sehr gut. Ähm, genau. Das Online-Format mit BigMarker, äh, das klappt eigentlich auch immer sehr gut. Ähm, ähm, hinweisen. Normalerweise in einem, äh, Vorort-Meeting würdet ihr am Schluss diesen Papierfragebogen kriegen. Ähm, ähm, wenn wir das, wenn wir dieses Webinar beenden, dann werdet ihr automatisch auf das Feedback-Formular weitergeleitet. Bitte füllt das aus. Das hilft uns auch, äh, äh, in Zukunft Dinge besser zu machen, die wir vielleicht gerade nicht so gut gemacht haben. Äh, nehmt euch ein paar, äh, Sekunden Zeit und es gibt dann auch eine, äh, IntelliJ-Lizenz zu gewinnen am Ende des Monats unter all denen, die ein, äh, äh, die, 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 die das Formular ausgefüllt haben. Auch noch ein Hinweis, wir haben immer etwa 15 Sekunden, also wenn Michael etwas sagt, bis ihr das hört, das dauert etwa 15 Sekunden, ähm, ähm, ist vielleicht wesentlich, wenn ihr Fragen in den Chat schreibt, auf die Fragen kommen wir gleich noch, ähm, das ist einfach, dass ihr das wisst, dass wir ein bisschen, äh, verzögert unterwegs sind. Dann im Chat, den einige von euch schon rege benutzt haben, könnt ihr, äh, Kommentare untereinander austauschen. Äh, das geht nicht, äh, äh, hauptsächlich an Michael, äh, sondern ist eher unter euch, wenn ihr etwas austauschen wollt. Dann, ähm, haben wir auch den, den Fragen, äh, Tab. Auf Deutsch steht dann Fragen, auf Englisch, wenn ihr Englisch angemeldet seid, steht da Q&A. Äh, wenn ihr, da könnt ihr Fragen stellen, die an Michael gerichtet sind und ich werde dann, äh, Michael unterstützen und die Fragen, äh, vorlesen. Er wird ab und zu wieder so kleine, äh, Blöcke haben, wo wir dann die Fragen anschauen können und, äh, die dann mündlich beantworten werden. Ähm, genau, dann, äh, gibt's auch, jetzt habe ich vorhin bei, habe nicht aufgepasst, Michael, hast du Umfragen? Ich glaube, du hast Nein gesagt, oder? Ja, also, ähm, ich hätte die vielleicht so beim Live, äh, Veranstaltung gemacht, aber, ähm, heute, glaube ich, werde ich eher darauf verzichten. Gut, dann, äh, überspringen wir das. Und, äh, ja, jetzt sind wir auch schon bei dir. Äh, Michael, vielen Dank, dass du heute hier bist. Wir haben vorhin schon ein bisschen ein Spontan-Interview gemacht. Äh, du hast schon einige, äh, Vorträge und, ähm, Workshops bei uns, bei, äh, äh, CH Open, bei der Joggs an vielen Orten, äh, durchgeführt, äh, mit vielen Teilnehmern. Also, wahrscheinlich kennen dich auch schon viele von unseren Teilnehmern heute und, äh, haben dich da schätzen gelernt. Ähm, du bist, äh, auch, äh, ein fleissiger Buchschreiber, äh, wie vielleicht die, die schon ganz früh dabei waren, jetzt beim Interview, die haben auch schon gehört, dass du da ein paar neue Dinge im Köcher hast. Du kommst vielleicht dann später nochmal drauf zurück. Ähm, und du bist auch bei Asmic als, äh, CTO, äh, unterwegs und, ähm, genau, und heute geht es um, äh, JUnit 5 und damit übergebe ich gerne dir, äh, die, äh, die Tanzfläche, die Bühne, genau, das war das richtige Wort. Ja, besten Dank. Gucken wir mal, dass wir das alles hier hinkriegen. Seht ihr alle, das, ist das zu sehen? Ja. Alles klar, super. Ja, ist für mich heute auch, äh, das erste Mal mit dem Webinar und dem Big Marker. Ähm, ich hoffe, das klappt einigermaßen gut. Äh, Ziel ist es vor allen Dingen, euch von JUnit 5 ein bisschen, äh, zu begeistern, weil es damit so richtig Spaß macht, ähm, Unit Test zu schreiben. JUnit 4 war ja schon gut, ähm, JUnit 5 ist besser und, äh, das möchte ich euch so ein bisschen vermitteln. Ähm, du hast mich ja gerade schon vorgestellt, ähm, deswegen, ich mach's, ähm, heute, weil wir ja schon in Verzögerung haben, ähm, ganz, ganz kurz. Ich bin Baujahr 1971, hab mal, äh, im Deutschland, im Norden von Deutschland Informatik studiert, ähm, und bin dann so quer durch die Republik immer weiter nach Süden und, äh, schließlich 2013 in Zürich gelandet, ähm, und kleiner Tipp nebenbei, schreibt nicht Bücher, das macht nur dick, ähm, macht's lieber wie der Markus, der ist durch Amerika gefahren, hat da auch einige Kilos verloren, also nicht schreiben, lieber Fahrradfahren. Okay, gucken wir uns an, was machen wir heute? Ich hab, äh, als ersten Teil so einen kleinen Einstieg, nochmal, um in die Thematik reinzukommen, warum testen wir eigentlich, ähm, was ist der Einfluss auf die Qualität, äh, was sind so ein paar gute, äh, Angewohnheiten, die wir, äh, an den Tag legen sollten, so ein bisschen, um in die Thematik reinzukommen, dann, ähm, der zweite Teil ist so, ähm, ja, warm werden mit JUnit 5, was ist so ein bisschen die Architektur, wie schreibt man so einen Test, ähm, dann die Sache, wie ist es eigentlich, wenn ich mehrere Asserts habe, sollte ich das machen, sollte ich es nicht machen? Ein Thema, wo man immer wieder drüber stolpert, ist, äh, wenn man den Good Case testet, sollte man eigentlich auch nochmal gucken, wie sieht's denn aus, wenn da eine Exception aus, ähm, ähm, äh, gelöst wird, wie ist es vielleicht mit Timeouts und das lässt sich jetzt alles wirklich sehr, sehr angenehm mit JUnit 5 gestalten, ähm, aber das Wichtigste, was ihr heute mitnehmen sollt, ist Parameterreistests, die sind sowas von super, ich liebe sie, ähm, die werden wir uns, äh, relativ gründlich anschauen, ähm, dann gibt es noch sowas wie Repeated Tests zum wiederholten Ausführen, geschachtelte Tests und, ähm, ich gehe ganz kurz darauf ein, wie man JUnit 5 auch mit Park, ja, Klassen erweitern kann, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, wie komme ich denn von JUnit 4 auf 5, äh, lässt sich das parallel betreiben und was kann man vielleicht sonst noch machen, nämlich, äh, so separate Bibliotheken, Asset J ist eine Sache, die sich da anbietet und zum Schluss gucken wir noch drauf, was sollte man nicht machen beim Testen und was sieht man aber leider doch immer wieder, ähm, und dazu gleich oder später dann mehr. Gut, starten wir mit dem ersten, dem Einstieg, warum sollten wir testen? Und da fällt uns wahrscheinlich, ähm, ähm, relativ schnell ein, wir wollen Funktionalität prüfen, aber manchmal gehen wir halt nur durch den Happy Pass und vergessen die Randfälle, ähm, ganz wichtig ist eben, wenn man da mit Unit Tests möglichst viel Funktionalität, äh, testet, hat man so ein Sicherheitsnetz, das heißt also, wenn ich an irgendeiner Stelle ändere, bleibt das hoffentlich stabil, das Verhalten oder ich kann sofort sehen, dass ich vielleicht eine Änderung gemacht habe, die inkompatibel ist. Ich kann natürlich auch dadurch, ähm, definieren, wie das Verhalten sein soll. Insgesamt, je mehr Testfälle, oder man müsste es richtiger sagen, je mehr sinnvolle und richtige Testfälle ich habe, desto weniger Ärger, Nerven, ähm, verbrauche ich und desto mehr Spaß habe ich eigentlich auch beim Entwickeln. Und das ist ja das Ziel, wir wollen, ähm, uns absichern. Und dann vielleicht noch so ein paar Gedanken zu Qualität und, ähm, wenn er so von Qualität spricht, da wird fast jeder sagen, willst du Qualität? Jeder Chef sagt ja und dann müsste nur mal fragen, wie viel bist du bereit, äh, dafür auszugeben und wenn dann das Schweigen kommt, wisst ihr, er möchte Qualität, will aber nicht bezahlen, das funktioniert natürlich nicht. Aber wie wird Qualität wahrgenommen? Qualität wird von Benutzern zum Beispiel wahrgenommen, indem es einfach und intuitiv zu bedienen ist. Und dann gibt es noch so was wie Zuverlässigkeit und Erwartungskonformität. Ähm, stellt euch vor, ihr habt einen Kugelschreiber, der schreibt nur in 10% der Fälle. Was macht ihr damit? Ab dafür hinweg in die Mülltonne, weil das ist, braucht man nicht. Jetzt auf Software übertragen, wenn wir mal so ehrlich sind, gibt es viele Systeme, die funktionieren nicht ganz so toll und, ähm, da kann man sich die Frage stellen, wie kommt das eigentlich? Und, ähm, ein wichtiger Aspekt ist sicherlich die Komplexität. Und, ähm, die ist natürlich in Software deutlich höher und die Einzelteile sind oftmals leider auch nicht so gut getestet. Und da merkt man einfach, wir in der Informatik, wir sind noch deutlich hinter den anderen Ingenieursdisziplinen entendran. Und, ähm, ja, wir holen aber hoffentlich ein bisschen auf. Ähm, gucken wir ganz kurz noch auf die Qualitäten. Das eine ist eben die externe Qualität. Das ist, ähm, wenn ich das Ding benutze, wenn ich's, ähm, ja, anfasse, wie entspricht das meinen Vorstellungen. Das ist das, was für den Benutzer wichtig ist. Der sieht nicht, sind die Methoden klein, gut strukturiert, ist, kann man das gut erweitern. Das interessiert den nur indirekt, wenn es nämlich nicht funktioniert. Für uns ist aber viel wichtiger, dass wir nicht selber in diese Bärenfallen tappen, die da in dem Kot lauern. Und, äh, ich glaube, jeder, der mal in irgendwie fremden Kot gestöbert hat, der nicht besonders gut war, weiß ganz genau, was ich meine. Ähm, da macht es nämlich überhaupt keine Freude zu erweitern. Und da hat man direkt irgendwie ein ungutes Gefühl, ähm, und meistens bricht es dann auch irgendwie. Und genau deswegen gucken wir uns heute Unit-Tests an. Und, äh, mit Unit-Tests prüft man ja, äh, einen kleinen Bestandteil der Software. Und der große Vorteil ist, es ist automatisierbar, sehr gut automatisierbar, es lässt sich sehr gut häufig ausführen und es sollte einfach sein. Und wir sehen so die ganzen anderen Tests, sie werden immer aufwendiger und werden immer seltener ausgeführt. Deswegen sollten wir gucken, dass wir möglichst viele Unit-Tests haben, die unsere Komponenten und unsere Bestandteile gut prüfen. Ähm, noch eine Sache zur Qualität. Wenn wir uns wieder an die Industrie erinnern, da gibt es Normen und Standards. Und wenn ich eine Schraube habe, dann passt die Mutter da drauf und da kann ich mich drauf verlassen. Ähm, in der Software ist es eher so, wenn ich zwei Software-Komponenten habe, meistens passen die nicht wirklich so gut zusammen. Ähm, dann noch eine andere Beobachtung, die man so aus der Systemtheorie macht. Wenn ich ein System habe mit drei Bausteinen, die haben alle eine Qualität von 90 Prozent, was eigentlich schon relativ gut klingt. Ja, wer hat schon 90 Prozent Testabdeckung? Jetzt kann man sich fragen, wie hoch ist eigentlich die Gesamtqualität? Und, ähm, ja, das Erschreckende ist, das wird laut Systemtheorie multipliziert. Da haben wir nur noch 73 Prozent Gesamtqualität. Und wenn wir jetzt an den Software denken, haben wir relativ selten Systeme, die drei Klassen oder drei Komponenten haben, sondern viel, viel mehr und die Interaktionen sind meistens auch relativ, ähm, umfangreich. Insofern, ähm, beobachtet man, je höher die Qualität der Einzelteile, desto höher ist die Gesamtqualität. Und zu den guten Angewohnheiten, ich empfehle euch, wenn ihr mit Eclipse arbeitet, äh, das Plug-in-More-Unit zu installieren. Das ist, äh, ein sehr nettes, äh, kleines, ähm, ja, Tool. Was macht das? Ähm, also ich kann mir den Tastaturkürzel zum Ausführen von Tests in Eclipse nicht merken. Ähm, und das, äh, setzt einen neuen Tastaturkürzel, Kürzel, Control-R, das funktioniert wunderbar. Äh, was super ist, mit Control-J springe ich zwischen Implementierung und Test immer hin und her. Ja, und eine Sache, die so klein und unscheinbar wirkt, ist dieser Icon-Dekorierer. Wenn da so ein kleines grünes Bällchen an der Klasse ist, wissen wir, äh, zu der Klasse existiert ein Test. Und wenn ich dann einfach in ein Package reingucke und da sind möglichst viele von diesen kleinen Icons, dann weiß ich schon, ähm, das ist einigermaßen gut getestet. Dann sollten wir uns angewöhnen, ähm, ja, das Naming, einfach die Klasse ABC, Test-Klasse ist ABC-Test, ähm, Grund ist, wenn ich das Test-ABC nenne, dann, ähm, wenn ich dann noch irgendwas suche, dann, ähm, habe ich tausende von Tests, aber, ähm, das Wesentliche finde ich nicht. Auch bei den Methoden, ähm, hat sich eingebürgert, die mit Test starten zu lassen, wobei das mittlerweile nicht mehr notwendig ist. Wichtiger ist, dass ihr beim Testen eine sinnvolle Beschreibung des Test-Files benutzt. Und da sieht man, dass, wenn man Camel-Case benutzt, wie es ja die Java-Notation ist, dass das eigentlich relativ unhandlich wird. Und da hat der Roy Oscher-Ruf, ähm, so zwei Sachen vorgeschlagen, nämlich einmal Methodenname, ähm, dann, was man testen möchte und was man erwartet. Und da kann man dann so schöne Methoden machen, wie Calc-Sum, bis Out-Valid, oder bis Valid Inputs, Schutz zum Up-All-Values, oder Calc-Sum throws Exception, wenn Null-Input. Da ist relativ klar, was das tun soll. Und mit J-Unit 5 wird es sogar richtig nett, weil man da auch, ähm, den Test-Fällen noch weitere Zusatzinformationen geben kann. Dann möchte ich hier nur auf eine Sache, oder auf zwei Sachen eingehen. Ähm, ihr solltet nicht versuchen, eure Test-Abdeckung auf 100% einfach nur zu bringen. Ähm, testet die wichtigen Sachen, testet nur das, was wirklich ganz relevant ist. Testet keine Getter und Setter. Das ist, ähm, damit bringt ihr die Test-Abdeckung hoch, aber bringt kein Qualitätsgewinn. Ähm, wenn ihr einen Test schreibt, möglichst wenig Assert, möglichst nur ein. Ziel ist es, die Test-Methoden kurz, klar und verständlich zu halten. Warum? Weil der Nächste, der drauf guckt, der sollte das verstehen, ohne dass ihr ihm das erklären müsst. Das heißt, ähm, ihr könnt Qualitätssicherung und die Ziele, die wir am Anfang genannt haben, nur erreichen, wenn die Unit-Tests auch so einfach sind, dass sie erweitert werden können. Und wie erreicht man das? Dafür gibt es einen sehr schönen Trick oder ein schönes Hilfsmittel. Da gibt es den AAA- oder GWT-Stil. Er steht für Arrange, Act, Assert oder auch Given, When, Then. Und was ist damit gemeint? Dass man die Test-Methode in drei Blöcke unterteilt. Einmal das Aufsetzen von Randbedingungen, dann die Aktionen ausführen und als letztes die Prüfungen durchzuführen. Wenn man damit anfängt, kann man da gerne noch Given, When und Then hinschreiben und tatsächlich auch noch Klartext. Vielleicht ist der Source-Code aber auch so lesbar, dass sich das automatisch ergibt. Das ist eine Sache, die solltet ihr mal ausprobieren. Und zumindest diese Dreiteilung ist sehr zu empfehlen, sodass man visuell so vorzieht, in welchem Teil des Testfalls bewege ich mich. Dann gibt es noch eine Sache, ein schönes Motto, Fair. Wenn ihr euch daran erinnert, habt ihr auch wieder einen wichtigen Baustein von dem heutigen Abend. Fair soll ein Unit-Test sein, nämlich Fast, Focused, Automatisiert, Isoliert. Er soll nur einen kleinen Bestandteil testen und zwei wichtige Eigenschaften. Natürlich muss er wiederholbar sein und schön wäre natürlich auch, wenn er reliable wäre. Ich habe tatsächlich schon Tests gesehen, die geflackert haben und das ist meistens kein gutes Zeichen, weil wir wollten ja ein Sicherheitsnetz aufbauen und deswegen ist es gut, verlässliche Tests zu haben. Dann kann man nicht häufig genug sagen, führt eure Tests auch aus, die ihr habt. Macht das so häufig wie möglich. Das hilft euch zu sehen, dass ihr keine Probleme eingebaut habt. Gut, das so als kleine Intro zur Einstimmung. Als nächstes ein kleiner kurzer Blick auf so die Basisbausteine mit JUnit 5. Einiges wird euch aus JUnit 4 schon sehr bekannt vorkommen. So, JUnit 5. Michael, darf ich schnell unterbrechen? Wir haben eine Frage. Ist es okay, wenn ich die gleich weiterleite? Ja, ich sehe das auf Vollbild, deswegen sehe ich die Frage nicht. Ja, also Thomas Aré fragt, wegen dem Icon Decorator, den du vorher im Eclipse Plugin gezeigt hast. Grundsätzlich sprechen wir von Unit-Tests und nicht Klassentests. Sollte man den Unit mit Klasse gleichsetzen, also dieses 1 zu 1 Mapping, macht das Sinn? Ist das empfohlen? Das ist generell, wird das sehr häufig so gemacht, wenn die Klassen klein genug sind, was in der Praxis natürlich nicht immer so der Fall ist, dann ist das Mapping-Klasse und Unit-Tests ein 1 zu 1 Mapping möglich. Man kann auch mehrere Testklassen für eine Klasse schreiben, das widerspricht sich nicht. Und es ist nicht gemeint, dass in einer Testklasse können wiederum mehrere Testfälle in Form von Testmethoden geprüft werden. Also das werden wir gleich auch noch sehen. Erklärt ist das ungefähr? Wir können ja mal, das ist halt jetzt diese Verzögerung, wir können ja mal weitermachen, wenn Thomas dann noch eine Nachfrage hat, können wir die später vielleicht nochmal einfädeln. Danke. Ansonsten, wenn, vielleicht noch so als Zwischenbemerkung, wenn nach dem Vortrag noch Fragen sind, da haben wir sowieso noch eine Q&A-Runde, aber manchmal kommt einem ja auch erst viel später noch irgendwie in den Sinn, dass man eine Frage stellen wollte. Ich bin auch immer per Mail erreichbar und reagiere dann auch gerne auf Fragen zu JUnit 5. Was man noch wissen sollte, ist, dass das JUnit 5 modular aufgebaut ist und der große Vorteil daran ist, dass wir eine im Prinzip Plattform haben, um die Unit-Tests auszuführen. Wir haben ein neues Systemkomponente, die die JUnit 5-Tests ausführt und wir haben eine Vintage-Engine, die es erlaubt, sehr viele JUnit 4-Geschichten noch ausführen zu können. Und das ist ein großer Vorteil, werden wir später sehen beim Thema Migration. Und das ist natürlich unschätzbar gut, wenn man nicht gezwungen ist, komplett von einer Version auf die nächste zu wechseln. Sondern ihr könnt das wirklich Methode für Methode, Schritt für Schritt machen. Das ist ein sehr großer Vorteil, den JUnit 5 auch weiterhin bietet. Wobei ihr dann aufpassen müsst, ist, dass es in JUnit 4 sind die Assertions in der Klasse Assert, in JUnit 5 in der Klasse Assertions. Dadurch seht ihr immer, ob ihr auch die richtigen Sachen einbindet. Es gibt halt so ein paar Standards, die man kennt, auf Gleichheit, ob Dinge True oder False sind. Oder ob irgendwie ein Objekt Null oder die Referenzen gleich sind oder eben ungleich sind. Oder halt Fail, um einen Testfall bewusst fehlschlagen zu lassen. Das sind eigentlich schon wirklich sehr hilfreiche Sachen. Gucken wir ganz kurz auf Beispiele. Eine Änderung, die sich von 5 zu 4 ergeben hat, ist, in 4 hat man den Hinweistext immer noch als ersten Parameter gehabt. Das ist jetzt in 5 nach hinten gewandert. Das ist eigentlich ganz praktisch, damit man, wenn man den Hinweistext hinzufügt, an den Parameterreihenfolgen nichts ändern muss. Ansonsten ist es, glaube ich, sind die selbsterklärend da, die Assertions prüfen, einfach hier mit Equals, hier auf Übereinstimmung. Und, ja, na, geht ja hier nicht. Wieso geht der jetzt nicht ein weiter? Okay. Die Folien hängen gerade. Was ist das? Okay. Okay. Eine Sache, die mit JUnit 5 auch eine nette Sache ist, wenn ich denn schon so einen Hinweistext erstelle, was mitunter eine gute Idee ist, dann kann das zum Teil relativ lange dauern oder da wird irgendwie eine komplexe Berechnung angestellt. Wenn wir jetzt das direkt ausführen, dann ist das ja hier ein Methodenaufruf. Wenn wir diesen Test ausführen, warten wir zwei Sekunden darauf auf das Ergebnis. Tatsächlich hätte diese Berechnung natürlich gar nicht ausgeführt werden müssen, weil bei Tim eine Übereinstimmung ist. Mit, ah, das habe ich schon gesagt, was ist daran unschön? Es ist unnötig, das auszuführen. Und das ist jetzt glücklicherweise mit JUnit 5 möglichen Lambda-Ausdrucken Supplier anzugeben. Und dadurch dauert das Ganze dann halt nur noch so lange, wie eben bei der Abweichung das Aufbereiten dauert. Das ist eine kleine Neuerung, nette Neuerung. Dann eine Sache, die richtig nett ist, die ihr intensiv nutzen solltet, ist Add Display Name. Wenn man mit JUnit 4 gearbeitet hat, dann ist man halt gezwungen, alles anzugeben an Zeichen, was so ein Methodenname hergibt, aber allein halt Sonderzeichen, alle anderen Sachen sind nicht möglich. Und wenn ich, sagen wir mal, diesen Test anschaue mit einem Big Decimal, der ist zwar für uns verständlich, aber wenn ich da direkt hinschreibe, was der macht, dann ist das einfach viel besser lesbar und macht dann gleich auch das Ganze verständlich. Dann kann man sich vorstellen, wir haben einen Rest-Controller und wir benutzen halt das Display Name, um da die entsprechenden Rest-Calls zu symbolisieren. Und das ist natürlich schön, da sehe ich, welche Rest-Calls wurden abgesetzt. Das war vorher so natürlich nicht möglich. Also sehr starkes Feature mit JUnit 5. Dann, was ich eher selten benutze, was man aber machen kann, wenn man mit JUnit Integration und Unit-Tests voneinander unterscheiden möchte, dann kann man an jeden Unit-Tests oder an jeden relevanten noch einen Tag dransetzen oder mehrere Tags. Ach, das ist ein ganz nettes Feature. Wenn die Tests klein, schnell und gut sind, dann braucht man das vielleicht nicht ganz so häufig. Dann war es in JUnit 4 relativ schwierig, auf Kontextinformationen zuzugreifen. Das ist in JUnit 5 jetzt richtig nett gelöst. Wir haben nämlich die Möglichkeit, hier einen Parameter mitzugeben. Testinfo, da kann ich abfragen, welche Testmethode das ist. Ich kann auf den Display Namen zugreifen, ich kann auf die Text zugreifen und so weiter. Das kann mitunter ganz hilfreich sein. Gucken wir auf spezielle Assertions. Wir kennen immer mal wieder die Situation, wo wir mehrmals ein Assert in einem Unit-Test finden. Das ist auch so lange in Ordnung, solange die geprüften Eigenschaften kohärent sind. Wenn man hier eben sagt, ich prüfe ja eigentlich alle Informationen aus der Person. Was ihr vermeiden solltet, ist in einem Unit-Test sowohl die Daten von der Person als auch die von vielleicht seiner Bestellung und dann noch von irgendwie einer Rechnung zu prüfen. Das wäre dann wieder kein in sich geschlossener Unit-Test. Eine Sache, die jetzt mit JUnit 5 möglich ist, ist das neue Asset All. Wo liegt jetzt zwischen den beiden der Unterschied? Das eine ist, wenn wir anschauen, wir haben hier Mike, wir haben unterschiedlichen Namen, wir haben unterschiedliches Datum und wir haben eine unterschiedliche Stadt. Wenn wir das jetzt ausführen, finden wir hier nur den ersten Fehler, dann korrigieren wir den. Dann finden wir den zweiten Fehler und so weiter. Je mehr Asserts sind, desto mühsamer wird das. Deswegen bietet es sich, wenn man da so miteinander verbundene Daten überprüfen will, sehr an, Asset All zu schreiben und dann werden alle ausgewertet und dann sieht man sehr schön, ja, wir haben Tim erwartet, das war aber Mike und so weiter. Das ist ein sehr nettes Feature. Dann noch eine Sache, wie testen wir Gleitkommazahlen und da muss man sehr aufpassen, das klingt viel einfacher, als es tatsächlich ist. Also man sieht es leider immer wieder in den Applikationscode, wo da Float- oder Double-Werte mit Is-Is gleich verglichen werden. Das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht, weil es immer Rundungsungenauigkeiten gibt. Und da erlaubt uns jetzt Assert Equals eine Präzision mit anzugeben und wenn ich dann gucke, ist der Wert von Pi in der Präzision 0,01 mit 3,1415 übereinstimmt. Und ja, ist er. Und das Coole ist hier wieder, ich kann mit dem Display-Namen auch Unicode-Zeichen angeben und dann habe ich da einen sehr sprechenden Namen. Dann noch eine Sache zu Arrays. Das ist auch so eine Sache, wo man sehr, sehr fies reinfallen kann. Wenn man nämlich Arrays mit Assert Equals vergleicht, was passiert, das funktioniert nicht. Und wieso funktioniert das nicht? Weil Arrays, ja, kein Equals überschrieben haben, sondern sie benutzen halt die Referenzgleichheit. Und noch schlimmer ist das, wenn ihr Nested Arrays habt, dann wird es ziemlich unangenehm. Und das muss man einfach richtig machen, nämlich mit JUnit Asset Array Equals. Und schon funktioniert das mit einfach geschachtelten Arrays und mehrfach geschachtelten Arrays. Alles wunderbar. Anderes Thema, Collections. Da können wir ganz normal Assert Equals benutzen, kein Problem. Solange wir Sets mit Sets vergleichen, Listen mit Listen und so weiter, ist das alles okay. Gucken wir aber mal, wir haben hier eine Liste mit den Werten A, B, C, D und wir haben ein Set. Hier habe ich bewusst mal die Werte so ein bisschen umgeordnet und das in ein Treeset gepackt. Sollte ja auch gemäß der natürlichen Ordnung A, B, C, D ergeben. Und jetzt vergleichen wir das einfach mal. Das funktioniert aber nicht, weil wir ein Treeset mit einer Immutable Collection vergleichen und dann funktioniert das nicht. Equals prüft halt auch immer auf Typen. Und dann sollten wir Asset Iterable verwenden und damit kann ich dann halt auch Listen und Sets miteinander vergleichen, ob die den gleichen Inhalt besitzen. Gut. Kommen wir zum Thema Exceptions. Auch eine Sache, die, sagen wir mal, sich von JUnit 3 bis JUnit 5 sehr, sehr geändert hat. Ganz früher war mal so ein typisches Idiom, ein 3-Catch zu machen, ein Fail als Auslöser, falls der erwartete Fall der Exception nicht eintritt und die Expected Exception eben mit einem Asset True zu markieren. Das kann man so machen, ist aber nicht so richtig schön. Dann mit JUnit 4 kam die Möglichkeit, dass man in dem Test Expected sagen konnte und dann den Typ von Exception angeben konnte. Das Problematische war, wie komme ich hier an die Exception und wie komme ich an vielleicht einen Text von der Exception und auch dieser Ablauf, Arrange, Act, Assert, ist hier irgendwie nicht mehr gegeben. Das ist ein bisschen versteckter. Dann wurde mit JUnit 4, 7 oder 11 oder irgendwie auf jeden Fall ein bisschen später noch die JUnit Bull Expected Exception eingeführt. Die beschreibt halt, dass erstmal angenommen wird, dass keine Exception ausgelöst wird. Dann kann man sagen, ich erwarte eine Illegal State Exception, ich erwarte eine entsprechende Message. Das ist deutlich lesbarer, aber JUnit 5 macht es einfach nochmal einen Ticken besser. Wie geht das? Ich habe Assets Throws, ich sage, welchen Typ von Exception ich erwarte und wenn ich dann hier so böse Sachen mache, wie ein Big Decimal aus 0 zu konstruieren oder ein Integer mit 0, dann kriege ich halt die entsprechenden Exceptions. Gut zu lesen, gut verständlich und jetzt noch eine Besonderheit. Ich bekomme da als Ergebnis ein Throwback und wenn ich dann prüfen möchte, zum Beispiel war der Typ der Message, ja oder enthielt der Not Supported, dann ist es wunderbar lesbar möglich und auch folgt dem Fluss erst die Aktion, dann die Prüfung. Also Asserts Throws ist wirklich auch eine sehr schöne Vereinfachung. Dann kann man sogar noch sagen, ich möchte es noch ein bisschen klarer rausziehen, indem ich sage, ich definiere mir die Aktion als executable, dann habe ich halt ganz klar diese Arrange Act Assert Semantik hier abgebildet. Aber das ist finde ich auch relativ gut lesbar, kommt immer drauf an, da müsst ihr auch euren eigenen Stil finden, aber Asserts Throws ist definitiv eine ganz wertvolle Sache. Dann Timeouts, auch eine Sache, die lange Zeit mit JUnit nicht so gut gelöst war, dann kam mit JUnit 4 die Möglichkeit. Wofür ist es gut und wichtig, gucken wir uns an. Dann, wir haben eine Berechnung von Fibonacci und das ist rekursiv gelöst und das wird immer immer aufwendiger und das kann schon einige Sekunden dauern, wie man hier sieht. Acht Sekunden wird da gebraucht und ein JUnit Test sollte ja möglichst schnell ausgeführt werden und acht Sekunden sind nicht möglichst schnell, wenn ich jetzt da hunderte oder tausende von Tests habe, ist das natürlich nicht akzeptabel. Das kann ich machen. Ich kann das Ganze in einen Assert Timeout preemptively einbetten. Hier habe ich das neue Date and Time API, kann sagen auf Seconds oder auf Milliseconds und wenn das halt innerhalb von zwei Sekunden nicht berechnet wird, wird es abgebrochen und als Testfehler gewertet. Jetzt gibt es natürlich auch noch manchmal den Wunsch, dass man das Ganze nicht abbrechen möchte, aber trotzdem Timeout erhalten möchte, dann gibt es die Methode Assert Timeout und dann, also ein Anwendungsfall ist ja, wenn ich es unterbreche, weiß ich nicht, was war das Berechnungsergebnis. Hier kann ich nachträglich dann prüfen, ist denn das, was berechnet wurde, wenigstens richtig, auch wenn es nicht schnell genug war. Dann eine Sache, die man gar nicht so zeigen sollte, ihr solltet eigentlich eure Unit-Tests nie ausschalten, weil ihr habt sie ja geschrieben, um Systemverhalten abzudecken und zu prüfen. Ganz selten kann man das mal machen, dass man Unit-Tests disabled, aber bitte nie vergessen, das wieder zu enablen, weil sie sollen ja ein Sicherheitsnetz bilden. Dann eine Sache, die beim Unit-Testen vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber wenn man JUnit als Framework benutzen möchte, um so eine Art Ablauf zu testen oder halt einen Integration-Test zu machen, dann hat man sehr häufig so etwas wie die Grundoperation und ich möchte dann die Einzelnen für sich und auch in der Reihenfolge testen. Dann kann man das über eine Markierung Test-Method-Order machen und sagen, es wird alphabetisch sortiert, gibt so den kleinen Trick, mit einem Buchstaben zu starten und dann wird es halt in der Reihenfolge ABC ausgeführt. Die Alternative ist, das mit einer Order-Annotation zu machen und dann wird es halt auch in der Reihenfolge der Order-Annotation ausgeführt. Ein abschließendes Wort noch zum Test-Reihenfolgen. Wenn ihr Unit-Tests macht, sollten die möglichst isoliert voneinander arbeiten. Das heißt also, fast nie sollte es auf eine Reihenfolge ankommen. Das ist wirklich eher für Integration-Tests gedacht. Wenn eure Tests eine Reihenfolge bedingen, dann sind sie nicht gut genug voneinander isoliert und da solltet ihr lieber darüber nachdenken, ob ihr vielleicht ein, zwei Tests noch trennt oder manchmal muss auch ein Test zusammengeführt werden. Aber auf jeden Fall ist das schon so ein kleiner Wink, dass irgendwas mit dem Testfall nicht ganz in Ordnung ist. Gut, hier wären jetzt normalerweise die Übungen. Das gibt jetzt nochmal die Chance, vielleicht bis hierher aufgelaufene Fragen zu stellen. Dani, gab es bis jetzt noch weitere Fragen? Thomas von vorhin hat noch eine Anschlussfrage gestellt. Wenn man dann Tests und Klassen hat und dann Refactored mit Extract Class entsteht ja eigentlich eine Klasse, die bereits komplett abgedeckt ist, jedoch keine eigene Testklasse braucht. Also, der Kontext war von diesem MoreUnit Plugin, glaube ich, wieder diese Beziehung von Methode zu Test. Ich habe im Chat auch noch Kommentare gesehen, dass ja auch MoreUnit, glaube ich, pro Methode ein Icon dann hinzufügt. Ah ja, das ist natürlich auf der Folie nur zur Demonstration, aber mit der, das ist ja schon eine erste gute Ansicht, wenn man, man geht ja nicht in die Detailansicht bei, wenn man sich mal so einen Überblick über die Klassen verschafft, sondern man geht in die Übersicht der Packages, wie kann ich, kann ich hier mal, kann das vielleicht mal zeigen. Gehen wir mal einfach hier in, sieht man das? Ja. Genau, man sieht dann hier verschiedene Klassen, ja, und dann Was halt sehr schön ist, ähm, gehen wir mal in irgendeine rein, GCD, ähm, und jetzt kann man halt mit Konto, ach, sorry, gehen wir mal in die Klasse rein, ach, ich habe hier kein GDK installiert, das muss ich nochmal gerade korrigieren. Jetzt braucht er natürlich ein bisschen, Also was halt schön ist, man kann, ähm, zwischen, ähm, Unit-Tests und Implementierung so hin und her springen, also hier sieht man das nochmal relativ gut. Also ich habe die Frage vielleicht aber auch nicht richtig verstanden, ähm, ich denke halt, die Icon-Decorator sind eine sehr hilfreiche Sache, um, um eine erste, ähm, Idee zu kriegen, Wie ist denn jetzt hier, ähm, allgemein die Situation rund um, um die Tests, ähm, dafür finde ich das, äh, sehr wertvoll. Okay, wir hätten noch eine zweite Frage, wenn wir die gleich noch ein, ähm, ähm, fügen wollen. Ähm, Stefan fragt, gibt es Neuerungen in JUnit 5, die es erlauben, auch private Methoden einer Klasse zu testen? Oder widerspricht das dem Paradigma, dass man ausschließlich ein Interface, also Public-Methoden testen soll? Was gäbe es für Möglichkeiten? Äh, Packet Private als Lösung? Ja, ähm, sehr gute Frage, ähm, die kann es in JUnit 5 gar nicht geben, weil die Methoden halt per Reflection, ähm, ermittelt werden, ähm, und irgendwie sichtbar sein müssen. Ähm, was, also meine Lösung ist immer, die Methoden Package Private zu machen, ähm, man kann da, es gibt Annotationen, die, ähm, heißen Visible for Testing, oder man schreibt das als Kommentar daran, und jetzt gibt es da unendliche Diskussionen, ähm, da mit, äh, Verfechtern der reinen Lehre oder nicht. Also generell muss man, glaube ich, immer den gesunden Menschenverstand behalten lassen. Ich bin kein Verfechter von nur API-Tests, weil, ähm, das ist ein Bestandteil, aber wenn ihr euch Klassen anguckt, und normalerweise sind meine, das ist mein Ziel, die, äh, öffentlichen Methoden möglichst lesbar zu halten. Dann gibt es irgendwelche komplizierteren Berechnungsmethoden, die sind aber Private oder Package Private, und die sind die, die ich testen muss. Was aber nicht heißt, dass ich das Interface nicht auch testen muss, aber, äh, ich sag mal, eine Methode, die relativ, sagen wir mal, einfach nur vier Parameter hat, ähm, ähm, die werde ich vielleicht nicht mit ihren ganzen Abdeckungen über mein öffentliches API in jeder, ähm, Hinsicht prüfen können. Das ist vielleicht dann geschickter, ähm, die mit einem separaten, oder mit einigen Testmethoden zu prüfen. Also, ich bin ein Freund von, ähm, die komplexen Dinge zu testen, die wirklich Probleme machen, ähm, und nicht einfach da sagen, ja, ich hab ja das API getestet, das ist gut, aber dann, ähm, sieht man häufig halt Leute, die die einfachsten Sachen testen, und dann haben sie aber überhaupt gar keine Aussage darüber, ob die Software eine Qualität hat oder nicht, also, testet die schwierigen Dinge. Also, eigentlich sollten ein Unit-Test ja dafür da sein, da, wo ihr euch unsicher seid, ähm, das abzuprüfen. Plus, eben diese API-Tests zu machen, und das, die sind dann meistens relativ, ähm, oder sie sind eher straight forward, aber, ich sag mal, wenn ihr eine komplexe, ähm, Rabatt-Kalkulation oder irgendwas habt, ähm, dann finde ich es sehr gut, wenn man da die einzelnen Methoden, ähm, testet, weil, dann bin ich mir sicher, ich setze die wieder zusammen, und dann wird meine, äh, Public-Methode auch relativ, äh, sicher funktionieren und gut sein. Okay, danke. Äh, ich würde sagen, wir machen mal weiter, wir haben noch eine weitere Frage, aber die können wir dann vielleicht an einem späteren Zeitpunkt noch... Ja, wir machen mal weiter, aber diese Frage mit, ähm, was soll ich testen, wie soll ich testen, ähm, da gibt's, glaube ich, unendliche Diskussionen, ähm, ich finde das wenig zielführend, wenn da so, ähm, ja, sagen wir mal, so festgefahrene Meinungen, macht, testet das, wo ihr glaubt, es könnten Fehler drin sein, das ist, ähm, deutlich wichtiger als, ähm, ja, sich stringent an alle Regeln zu halten. Ich hab zum Beispiel mal gehört, man darf keine, ähm, in Business-Klassen keine Methoden einführen, ähm, um Tests zu ermöglichen. Das ist prinzipiell auch richtig, das geht aber um verhaltensdefinierende Methoden, ähm, aber ich kenne ein Projekt, wo man nicht mal eine Gap-Methode einführen durfte, um, ähm, halt einen Zustand abzufragen, ähm, was dann gemacht wurde, ist, mit Reflection auf verschiedene interne Details zuzugreifen, was, glaube ich, deutlich schlechter ist, als eine Gap-Methode einzufügen. Ähm, das mal so als kleine Anekdote, ähm, kommen wir zu Kombinatorik und Komplexität, ähm, was müssen wir uns immer, ähm, fragen, ähm, wenn wir so anfangen zu testen, ähm, die Sachen, die ich gerade gezeigt habe, sind natürlich relativ einfach, aber so in der Realität, ähm, ist ja die Frage, welche Wertebelegungen soll ich denn testen? Und wie vermeide ich, oder wann weiß ich, wann es genug ist? Und, ähm, wie kriege ich eine gute Aussage über die Qualität hin? Und das sind eigentlich ganz, ganz wichtige Fragen, die man sich stellen sollte, weil ich kann vielleicht, ähm, bei einer Rabattberechnung, und da kommen wir gleich, ähm, kann ich gar nicht alles ausprobieren. Wenn man sich vorstellt, ich habe zwei, äh, Int-Werte, ja, dann habe ich zweimal, äh, 2 auf 32 Kombinationen ausprobieren. Kann ich gar nicht im Sinnvoll, es macht keinen Sinn. Also nochmal, testet die wirklich wichtigen Dinge und wählt die richtigen Eingaben. Und dafür gibt es so zwei Sachen, einmal Äquivalenzklassentests und Grenzwerttests. Klingt komplizierter, als es tatsächlich ist. Ihr kennt das sicherlich alle. Gucken wir uns Äquivalenzklassen grob an. Wenn ihr so einen Rabatt berechnen sollt, wenn ihr unter 100 Stück habt, es gibt keinen Rabatt. Zwischen 100 und 1000 gibt es 4 und über 1007 Prozent Rabatt. Jetzt kann man sich fragen, wie viele Äquivalenzklassen ergeben sich. Und normalerweise frage ich das auch immer in die Runde. Und, ähm, rein rhetorische Frage, wenn man direkt drauf guckt, sagt man mindestens drei. Nämlich diese drei genannten. Und, ähm, können wir zum Beispiel sagen, wir testen die alle mit entsprechenden Methoden ab. Ähm, kleiner, kleine Bestellung, mittlere Bestellung, große Bestellung. Ähm, das ist schon mal gut. Aber ist das ausreichend? Und, wenn man natürlich so fragt, ist die Antwort nein, ist nicht ausreichend. Markus, kennst du das, dass ab und zu das dann wieder hakt? Ich komme jetzt hier wieder. Nee, das kenne ich so eigentlich nicht. Komisch. Aber wir lassen uns davon ja nicht beirren. So. Nicht heute. Nee, ähm, also, ähm, was jeder kennt, ist eine Schleife, um einen Wert zu, spät angefangen zu, früh aufgehört, ähm, irgendwo eine Plus, Minus, Eins. Das ist immer das typische oder, ähm, ganz am Ende des Wertebereichs. Und für den Rabatt ist es halt, ergeben sich dann halt so die Werte um 100, um 1000. Ähm, man hat so häufig Flüchtigkeitsfehler, wo eben größer, kleiner oder kleiner gleich irgendwo steht. Ähm, und für die Grenzen ist halt größer als ein vorgesehenes Maximum und kleiner als 0, ähm, auch sicherlich eine Sache. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sollten für all das Methoden schreiben, wie das in JUnit 4 fast notwendig war, das wäre ja schrecklich. Und deswegen gibt es die Antwort Parameter als Test. Und das ist wirklich eine sehr große Hilfestellung. Ganz kurzer Blick zurück. Man kann das mit einer Vorschleife machen, durch die, ähm, Sachen durchlaufen. Aber dann kriegen wir halt wieder dasselbe Problem mit, ähm, wiederholten Equals und dann habe ich einen Fehler gefixt, muss ich durch den nächsten. Dann wurde das mit, äh, JUnit 4 mit Expected Exception gab es eine Möglichkeit. Und es gab eine andere Variante, die ich euch auch zeige, zur Abschreckung. Und dann erkennt ihr, wie schön das mit JUnit 5 geworden ist. Ganz kurz, worum was geht es? Ich habe hier, ähm, geschweifte Klammern verschiedener Typen und soll prüfen, ob die alle, ähm, sauber, ähm, ja, sauberen Konterpart haben. Das kann ich natürlich, ähm, machen. Also da habe ich eine Vorschleife gemacht, ähm, wo man ganz offensichtlich sieht, die sind korrekt. Aber wenn da einer falsch wäre, dann, ähm, müsste ich das halt so Schritt für Schritt korrigieren. Um das Ganze noch stärker zu verdeutlichen, eine ganz einfache Klasse, die addiert nur zwei Zahlen. Und, äh, mit JUnit 4 musste ich da, um das parametrisiert zu testen, folgendes Konstrukt machen. Und wenn ihr jetzt da drauf guckt, dann hoffe ich, dass alle jetzt so sagen, äh, was? Ich wollte doch nur vier Wertekombinationen testen. Wieso habe ich da auf einmal drei Attribute? Was, was macht das Ganze? Und genau das war auch ein Problem, warum, ähm, Parametris-Tests in JUnit 4 nicht so verbreitet waren. Ähm, weil es doch viel Schreibaufwand war. Und das nächste, ähm, ich konnte nicht Parametris-Tests und normale Tests in einer Klasse kombinieren. Und, also, ich habe es sehr häufig nicht so gerne gemocht. Und wie geht es denn einfacher? Ja, und JUnit 5 zeigt es. Es gibt eine Annotation, die heißt Parametris-Tests. Ich kann über Value-Source, ähm, Werte übergeben. Kann dann zum Beispiel prüfen, ob das ein Palindrom ist. Ist in beiden Fällen der Fall. Value-Source ist das Einfachste. Da gibt es verschiedene Ausprägungen zu Strings, zu Ins und so weiter. Dann, manchmal möchte man ja noch ein paar mehr Möglichkeiten haben. Da gibt es die CSV-Source. Da, ähm, kann ich in einem String mehrere Werte, Komma separiert angeben. Ähm, das wird von JUnit automatisch auf die beiden, äh, verteilt. Ähm, da kann man auch zwischen mal Spaces angeben und so weiter. Da ist JUnit 5 wirklich sehr, sehr gut. Man kann da auch beliebig viele Parameter als Eingabe haben. Ähm, das ist schon ein großer Schritt vorwärts. Dann gucken wir uns da weitere Sachen an. Also man, äh, geschickterweise hat man immer als ersten oder als letzten Parameter den Expected-Wert. Ähm, ich glaube, ist relativ selbsterklärend. Wenn man jetzt aber so auf die Ausgaben guckt, ist das noch nicht ganz so das Perfekteste. Ähm, aber das lernen wir gleich auch noch eine Abhilfe kennen. Ähm, wir können natürlich hier beliebige Typen mixen. Und jetzt sehen wir mit Parameter als Test und, ähm, einem Namen können wir dafür sorgen, dass das alles eine schöne Ausgabe hat und dass der Test, ähm, deutlich verständlicher ist als das. Ja, hier, der Testfall ist exakt der gleiche. Wir, ähm, konkatenieren etwas, ähm, das aber die 5, die Länge ist, ist mit ein bisschen Nachdenken zu erraten. Hier, das ist offensichtlich, ähm, und gut verständlich. Wenn wir jetzt zurückgehen und gucken, wie müssten wir jetzt diesen Adder da prüfen, ja, machen wir das doch einfach. Wir geben, äh, wir geben, äh, dann drei Werte an. Erster Wert, zweiter Wertergebnis. Und wir können uns das dann ausgeben lassen. Wir haben hier die Möglichkeit, ähm, einfach die durchnummerieren zu lassen. Erster Element, zweites Element, drittes. Und dann haben wir hier eine wunderbar lesbare Beschreibung von dem Unit Test. Und das ist ein Unit Test, wo jeder den innerhalb von sehr kurzer Zeit um weitere Wertekombinationen erweitern kann. In dieser Klasse hätten wahrscheinlich einige Leute Schwierigkeiten und würden sich nicht trauen, die Testfälle zu erweitern. Ähm, hier ist es, äh, eben genau das Gegenteil. Hier macht es Spaß, weitere Testfälle hinzuzufügen. Aber nicht nur das. Es ist halt auch wirklich so angenehm, ähm, und zwar gibt es da diverse eingebaute Konvertierungen. Wenn ich da einfach so ein ISO-konformes Date angebe, dann, ähm, wird das automatisch umgewandelt. Und, äh, jetzt gibt es immer mal wieder auch die Situation, wo man in den, ähm, Werten vielleicht einen Komma hat oder einen anderen, ähm, Trenner haben möchte. So kann ich das dann auch einfach angeben, ähm, und das zeigt eigentlich die Stärke von JUnit. Ähm, es ist auch möglich, ähm, eine sogenannte Message-Source zu benutzen. Da ist, ähm, eine Methode verantwortlich für die Generierung, ähm, der Eingabe-Parameter. Das kann ich zum Beispiel machen, wenn ich, ähm, spezielle Enum- und Integer-Werte übergeben möchte. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal an, was denn da noch so möglich ist. Also ich glaube, das, was ihr jetzt schon gesehen habt, sollte euch überzeugen, dass Parametreist-Tests eure Freunde sein sollten. Äh, was jetzt kommt, äh, sollte dann, ähm, voll überzeugen. Nehmen wir an, wir brauchen, ähm, Listen als Übergabe-Parameter. Das kann ich natürlich über, ähm, CSV nicht mehr abbilden. Und, äh, Idee ist, ich habe eine Liste und möchte aus der Liste die Duplikate entfernen. Und wenn ich dann sage, Eingabeliste, Ausgabeliste oder erwartetes Resultat, sehe ich, hier sind Duplikate drinne. Ähm, hier habe ich noch eine Sache mit, äh, vier Werten reduziert. Ähm, das wird dann automatisch für die entsprechenden Werte ausprobiert und, ähm, der Testfall ausgeführt. Ähm, sehr angenehm. Oder, CSV-Source. Ähm, nehmen wir an, wir haben ein, mit dem Date and Time API, haben wir einen Temporal Adjuster stellt, der euch den nächsten Gehaltszahltag, ähm, ausrechnen soll. Und ihr sollt das jetzt, ähm, überprüfen. Und da startet ihr natürlich immer mit irgendeinem beliebigen Datum und das wird auf den 25. angepasst. Und das Geniale ist, man kann da einfach auch Hinweistexte übergeben und, ähm, das, ähm, ist sehr schön, weil der Hinweistext wird zwar im Testfall nicht benötigt. Ich habe ihn als Parameter aufgeführt, kann dann aber sagen, Adjust und dann gebe ich dann den Hinweistext, warum denn, ähm, eine Aktion ausgeführt wurde. Dann etwas, äh, ja, sagen wir mal, schon mehr Daten. Das sind, ähm, relativ viele Werte, die eine Konvertierung von, ähm, böhmischen Zahlen, ähm, prüfen sollen. Das wird als CSV-Source relativ, ähm, ja, umfangreich und unübersichtlich, wenn wir uns vor allen Dingen vorstellen, dass wir das natürlich nicht nur, äh, in die eine, sondern auch die andere Richtung, äh, prüfen wollen und dann die Werte nochmal angeben, wäre das natürlich nicht so schön. Deswegen kann ich auch, ähm, statt einer CSV-Source eine CSV-File-Source angeben, ähm, verweise dann auf ein CSV, was, ähm, im ClassPass liegen muss und man hat bei JUnit auch gleich dran gedacht, dass man normalerweise solche Files auch mit einer ein oder zwei oder mehreren Kommentarzeilen versieht. Damit man einfach nicht nur Werte da drin stehen hat. Deswegen ist es möglich, da, ähm, gewisse Anzahl an, ähm, Zeilen zu überspringen. Also, es ist so, wenn man mit diesem Framework arbeitet, ähm, stößt man immer wieder auf Sachen, ähm, wo man denkt, ja, richtig gut gelöst und, ähm, kann man wirklich nur empfehlen. Gut, nach den Parametriestests, die hoffentlich genug gewürdigt wurden, ähm, möchte ich noch auf ein paar andere kleine Besonderheiten eingehen, ähm, und zwar Repeated Tests. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Tests mehrfach ausführen zu lassen, ähm, das kann manchmal nützlich sein, ähm, wenn man das eher als Integration Test sieht und da, ähm, das okay ist, wenn, ähm, einzelne Aufrufe mal, ähm, entsprechend nicht zuverlässig sind und man aber da, ähm, sagt, wenn ich drei aus zehn, ähm, Fehler habe, ist das vielleicht tolerabel. Ähm, auch da kann ich wieder, ähm, ähnlich wie mit dem Test-Info mir eine Repetition-Info als Parameter injizieren lassen und da verschiedene Abfragen machen. Auch da gibt es verschiedene, ähm, Möglichkeiten, den Testfall noch ein bisschen aussagekräftiger zu machen oder ich kann dem auch einen, ähm, ähm, entsprechenden, ähm, Display-Namen dazugeben. Ähm, ähm, also da sind die Möglichkeiten relativ ausgefeilt, ähm, ich finde die Parameter als Test allerdings dann, ähm, sinnvoller als die Repeated Tests. Dann gibt es noch ein Feature, was, ähm, man nutzen kann, um Tests mit, ähm, zu verschachteln. Ähm, das kann nützlich sein, zum Beispiel, um sowas zu machen, wir haben einen initialen Schritt und dann haben wir einzelne Elemente da drin, die, ähm, schon den Zustand als, ähm, gegeben betrachten, der dann halt vorher gesetzt wurde. Was ich damit meine, ist zum Beispiel sowas, da kann man einen nächsten Test machen, Testfälle für ein leeres Optional, wenn das Optional, ähm, eben leer ist, ist es Press and False und so weiter. Und, äh, und, äh, so kann man Testfälle miteinander schön schachteln. Da ist ein recht netter Artikel im Java-Spektrum erschienen. Es gibt relativ wenig Anwendungsfälle, äh, für die Business-Funktionalität, oder mir ist jedenfalls noch nicht so viel untergekommen, wo ich das regelmäßig einsetze. Dann gibt es noch eine nette Sache, JUnit zu erweitern. Und zwar misst JUnit zwar schon immer, ähm, die Testlaufzeiten, aber das ist ein relativ einfach nachvollziehbares Beispiel, ähm, was wir hier jetzt abbauen wollen. Wir wollen vor einem Testfall ein Callback haben und nach einem Testfall, ähm, da haben wir halt, ähm, so, ähm, Interfaces, die wir implementieren müssen und deswegen Methoden, äh, überschreiben müssen. Und wenn wir das, ähm, dann hinzufügen, so, zum Beispiel, unseren Testfällen, ähm, wird, äh, protokolliert, wie lange die, ähm, gebraucht haben. Und das Ganze geht einfach mit einem Extend-SWIS, ähm, und dadurch, dass das, äh, JUnit Interfaces sind, ähm, weiß, äh, das Framework automatisch, wann die entsprechenden Sachen zu tun sind. Und man sieht, wie einfach das ist, da eine Erweiterung zu schreiben. Gut, ähm, gibt es vielleicht noch aufgelaufene Fragen? Ja, ähm, wir haben zwei Fragen, die betreffen sich, äh, oder die, die betreffen die Parametrize-Tests mit, äh, unterschiedlichen Quellen. Du hast ja eine schon gezeigt mit, äh, CSV-Filesource. Kann man das zum Beispiel auch mit, äh, JSON verwenden oder Datenbank oder irgendetwas anderes? Was ist, äh, hört das mit, äh, CSV auf oder geht das, gibt es noch andere Optionen? Also eingebaut ist erstmal nur, äh, CSV, ähm, aber man kann sich natürlich auch da, ähm, vielleicht so, also dann passt ja vielleicht sogar das, so ein, äh, müsste, wäre mal eine interessante Sache, dass man, ähm, so ein Callback drumherum macht, der vielleicht die Sachen auspacken kann. Habe ich noch nicht gemacht, ähm, weil ich den Fall noch nicht hatte. Ähm, was man aber definitiv machen kann. Man kann Argument, äh, Converter schreiben, die es einem erlauben, ähm, halt auch andere Formate als, äh, CSV einzulenden. Also da muss man auch dann einzelne Klassen äh, schreiben. Das ist aber nicht, äh, nicht so sehr viel, äh, Arbeit, solche Argument-Converter, ähm, zu schreiben. Das ist möglich. Ähm, JUnit 5 ist da, ähm, relativ erweiterbar. Aber standardmäßig CSV. Okay. Dann haben wir noch eine, ähm, ähm, heißt die Berücksichtigung von Fast, also von Fast aus Fair, dass ein Test nie eine Datenbank- Interaktion auslösen sollte. Wenn das so ist, wie deckt man die Logik im DB-Layer ab? Gehört das in separate Integrationstests? Also, ähm, Antwort ja. Ähm, also wenn wir die, ähm, JUnit Hardliner befragen, dann darf man eigentlich fast gar nichts in JUnit machen, außer, äh, einfache Methoden aufrufen. Ich denke, so mal eine kleine File-Operation kann okay sein, aber die, jetzt, das Fast soll, heißt einfach, dass ein Unit-Test innerhalb von wenigen Millisekunden ausgeführt werden soll. Ähm, Integration mit einer Datenbank, ähm, ist ja schon das Wort Integration, oder andere Systeme ansprechen es immer, kein Unit-Test mehr, sondern ein Integration-Test. Und da gilt das Fast natürlich auch, aber das Fast hat da eine andere Bedeutung. Da heißt es eben, ähm, ähm, es kann mehrere Sekunden schon mal dauern, äh, so ein Integration-Test. Aber es ist definitiv dann kein Unit-Test mehr, wenn man eine Datenbank anspricht. Verletzt vielleicht auch ein bisschen die Isolationsregel, oder? Ja, ähm, wenn man den, ähm, Datenbank-Layer testen möchte, dann, ähm, müsste man gegebenenfalls, äh, halt da Sachen wegmocken, die dann direkt auf die Datenbank gehen. Ähm, aber die Frage ist sowieso, ähm, also je nachdem, was man für Technologien einsetzt, aber gehen wir mal von Spring Data aus und Repositories, dann muss ich den Data Access Layer natürlich, ähm, eigentlich nicht testen, weil, ähm, die Repositories werden automatisch generiert. Ähm, es gibt natürlich dann auch wieder noch Ausnahmen, aber, ähm, es ist dann definitiv, wenn ich auf die Datenbank gehe, ein Integration-Test. Okay, danke. Gut, noch ein paar Tipps zur Migration. Ähm, ja, ähm, wenn man schon eine größere Basis an Tests hat, sollte man ja irgendwie, ähm, wissen, wie man von A nach B kommt. Wenn man bei JUnit 4 ist, dann würde ich die alten Tests auch einfach alte Tests beseilen lassen, ähm, weil ihr euch immer überlegen müsst, macht das Sinn, ähm, so viel Aufwand reinzustecken, die in die neuen Tests umzuschreiben. Ähm, und mache ich nicht vielleicht, ähm, dabei noch Fehler. Ähm, das Gute ist, ihr könnt parallel JUnit 4 und JUnit 5 ausführen. Ähm, und dann könnt ihr schrittweise die Tests, ähm, von der einen in die andere Version, ähm, migrieren. Ähm, das schrittweise da, ähm, vorgehen. Ähm, und das ist, glaube ich, die große Stärke, dass es parallel ausführbar ist und, ähm, damit, ähm, ja, man eigentlich immer weiter, äh, seinen JUnit 4 Teil, äh, zugunsten von JUnit 5, ähm, dann verringert. Was ist halt auch noch sehr schön, ähm, in JUnit 4 war man doch noch relativ eingeschränkt, man musste die Methoden public machen, äh, die durften keine Parameter haben, ähm, dann die etwas, sagen wir mal, nicht unten so glückliche Reihenfolge mit Text und Testen, ähm, und eine Sache, die eigentlich gut war, aber, ähm, im Endeffekt doch ein bisschen Probleme gemacht hat, war, es waren verschiedene Harm-Test-Matcher dabei, aber, ähm, wenn man dann den vollen Support haben wollte, muss man Harm-Crest wieder komplett einbinden und da gab's so ein bisschen Kuddel-Muddel. JUnit 5 ist, habt ihr vielleicht schon gesehen, äh, die müssen nicht mehr public sein, können Parameter haben, ähm, eine Sache, die ein bisschen schade ist, ist, dass es kein Assert-Net mehr gibt und keine Harm-Crest-Matcher, aber, ähm, es lassen sich sowohl Harm-Crest als auch Assert-J sehr schön einbinden und, ähm, das empfehle ich auch, aber, ähm, es ist tatsächlich nicht mal zwingend. Na, was sagt er wieder? Das ist ja, das ist schon ein bisschen strange, das hatte ich auch noch nie. Das. Ja. Also, wenn ihr rumsteigt, ist das Ganze eigentlich relativ easy, es heißt nach wie vor Attest, Ignore heißt er disabled, dass der Transfer ist auch relativ klar, ähm, von den Lifecycle-Methoden, die sind auch relativ ähnlich, was man wissen muss, ist, dass es keine Rules mehr gibt in JUnit 5, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, die das Leben leichter machen, insofern ist es keine große Einschränkung. Ähm, was ihr halt machen könnt, ähm, so, ähm, brutale Methode, einfach alle Imports löschen und dann, ähm, die Imports neu organisieren, äh, in so einer Testklasse, dann, und auf das neue umbiegen und dann die entsprechenden, ähm, ja, Testaufrufe anpassen. Ähm, wenn man, das sollte man allerdings erst machen, nachdem man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, ähm, das sollte man allerdings erst machen, nachdem man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Ähm, dann ist der Umstieg, ähm, dann ist der Umstieg, ähm, dann ist der Umstieg aber relativ, ähm, straight forward. Und für ein paar Sachen gibt es auch noch ein, ähm, ähm, separates Projekt, das heißt Migration Support, ähm, da kriegt man dann doch wieder ein paar Rules, ähm, mit dazu. Und noch ein Wort zu Assert Z. Ähm, ich mag in letzter Zeit Assert J lieber als Humpress, aber das ist auch Geschmackssache. Beides, äh, erlaubt es relativ sprechende Tests zu schreiben. Ähm, es ist eine Abhängigkeit, die ihr in, äh, eure Bild-Files, ähm, aufnehmt, ähm, und dann kann man relativ lesbare Tests schreiben. Es ist eben nicht mehr Assert Equals, sondern wirklich Assert That Peter is equal to Peter, ähm, was halt ein englischer Satz ist, oder was auch schön ist, Assert That irgendeine Zahl is equal to, with Precision ist schon ein bisschen besser als das Assert Equals, ähm, wo ich dann die Präzision angehe. Aber, ähm, ähm, da geht es dann halt wirklich darum, noch das letzte Quäntchen Lesbarkeit in die Unit-Tests reinzubringen. Ähm, gute Tests kann man auch schon mit JUnit 5 schreiben. Wo wirklich man sieht, dass es nochmal, sagen wir mal, die Lesbarkeit gesteigert wird, ist bei Collections. Wenn ich da nämlich fragen kann, ist not empty, contain, start, twist, oder halt auch eine Kombination rausdehnen, oder noch schöner, Assert J erlaubt das Chaining von diesen Methoden, dann habe ich da relativ lesbare Tests. Und, ja, richtig schön wird es dann zum Beispiel bei Maps. Da kann man dann sowas fragen wie Contains Key, oder das noch Contains Keys, und so weiter. Also schon relativ mächtig und relativ ohne großartige Vorkenntnisse, äh, direkt, äh, erlernbar. Und das Tolle ist halt, durch diese Punktnotation, äh, habe ich natürlich auch immer eine Autocompletion, dann kriege ich gleich Vorschläge. Also das ist, ähm, eine schöne Sache. Dann eine andere Sache, die auch nett ist, man kann auch prüfen, ob, ähm, Collections, äh, gemäß einem, ähm, Comparator sortiert sind, ähm, das lässt sich dann doch auch relativ schön gut lesen. Ähm, ähm, Exercises gibt es natürlich jetzt nicht, aber ein paar Test-Mails wollen wir uns noch angucken als letztes. Ähm, ja, da gibt es eigentlich den besten Tipp, ist Folge deiner Nase, ähm, oder Folge deinem Bauchgefühl. Jeder Entwickler, der so ein bisschen, ähm, länger dabei ist, der, wenn er so ein Stück Code sieht, egal ob das Business-Code ist oder Test-Code, ähm, man hat so ein Gefühl, ähm, macht's darin Spaß zu arbeiten oder macht's da nicht Spaß zu arbeiten. Ähm, ähnliches Thema ist APIs. Da hat der Lukas Eder auch ganz tollen Vortrag, warum wir einige APIs lieben und andere hassen. Ähm, sehr, ähm, gut, wenn ihr da irgendwann mal ihn auf der JAX oder anderen, ähm, Konferenzen seht, unbedingt hingehen in den Talk. Sehr unterhaltsam. Ähm, wie kann man das ein bisschen formaler, ähm, machen? Ähm, wie bei Applikations-Code ist es auch bei Test-Code so, wenn ihr das schwierig schreiben könnt, wenn ihr es schwierig erweitern könnt, wenn da so ganz merkwürdige Sachen sind, ähm, oder wenn wir sehr viele Abhängigkeiten haben und die irgendwie weggemockt werden müssen, ähm, dann ist das irgendwie kein besonders guter Test-Code. Da gibt's eine relativ, ähm, lange Liste, ähm, die ich, ähm, von X-Unit-Patterns mir mal geholt habe, ähm, Assertion-Roulette fand ich auch schön, ähm, welche der Assertions schlägt denn in den Fehl, ähm, das passiert immer dann, wenn man zu viele Asserts in dem, ähm, Test-Code hat. Gucken wir auf ein paar von denen, ja, so, im Live-Programm würde ich jetzt fragen, wer versteht, was dieser Test-Fall macht, ähm, da ich euch nicht sehen kann, ähm, hoffe ich auf jeden Fall, dass die meisten irgendwie ein Stirnrunzeln haben und mir zustimmen, ähm, ähm, dass dieser Test-Fall einen Bauchschmerzen macht, wenn man ihn erweitern müsste oder erst mal verstehen müsste. Abgesehen von fehlenden Leerzeichen von Struktur, ähm, ist das relativ schwierig. Ähm, anderes Beispiel ist, wir benutzen einfach Assert, True und False, einfach weil das das Erste ist, was wir gelernt haben. Ähm, das kann man natürlich machen, aber wenn jetzt irgendeines von diesen Sachen fehlschlägt, dann wisst ihr nicht, ähm, was denn der erwartete Wert war und, ähm, das ist tatsächlich, ähm, Test-Code, den ich mal so gefunden habe und wo ich mich relativ lange durchkämpfen musste, bis ich das alles dann umgeschrieben hatte, um dann, ähm, festzustellen, was denn den eigentlichen Fehler ausgelöst hat. Ähm, ähm, benutzt Assert-Equals, ähm, und dann kriegt ihr sofort die Abweichung und könnt direkt reagieren. Dann noch ein Beispiel eben, dieses Assert-True wieder. Wir haben, ähm, drei Objekte und wir sind da munter am Vergleichen mit, äh, ist es gleich und so weiter. Ähm, ähm, ja, schreibt doch dann das hin, was ihr vergleichen wollt. Es gibt in JUnit 5 und auch davor eben Methoden, die euch sagen oder die euch ausdrücken lassen, was ihr denn testen wollt. Also Assert-Not-Null, sie haben die gleiche Referenz oder sie sind vom Content gleich. Ähm, der Tippaufwand ist minimals geringer, der, der Verständlichkeit ist um Längen größer. Dann, anderes Beispiel, eben zu viele Asserts. Und, ähm, ja, da kann man, es gibt so eine Faustregel, äh, vielleicht, äh, drei bis fünf Asserts sind, ähm, okay. Es gibt auch immer Fälle, wo mehr Asserts okay sind. Das Wichtige ist, dass die semantisch zueinander gehören und nicht irgendwie, ähm, hier sieht man das relativ schön. Ich hab's auch mit dieser, ähm, Leerzeile visuell getrennt. Ist natürlich im Original-Test nicht gewesen. Hier werden Datenbank-spezifische Sachen geprüft. Hier werden irgendwelche Tasks-spezifischen Sachen geprüft. Ähm, es könnte sein, dass das ein Assert-All ist, das auch noch ein Assert-All, aber, ähm, so hintereinander geschrieben ist, ist das auf jeden Fall nicht gut. Ja. Und ein weiteres Mal. Das ist... So, ähm, der letzte Test-Smell, ähm, den ich leider auch, ähm, im Produktiv-Code gefunden habe, ähm, ist der Vergleich auf, ähm, einer textuellen Darstellung. Ähm, das ist generell schon in, in Business-Code, ähm, unglücklich, wenn ich zum Beispiel, String-Repräsentation sollte ich nicht miteinander vergleichen, sondern halt Wertebelegung von Attributen. Und wie ihr hier seht, ist das so eine MongoDB-Konfiguration und da hab ich natürlich, äh, die Passwort- und Usernamen unkenntlich gemacht. Aber, ähm, das sieht man hier, hier werden verschiedene Werte geprüft und man hofft, dass, äh, die DB-Connection das auch in genau diesem Format, ähm, so ausgibt. Viel sinnvoller wäre, die einzelnen Elemente zu prüfen und vielleicht Passwort und User nicht mit in die Prüfung aufzunehmen. Gut. Dani, gibt's noch Fragen? Im Moment haben wir keine. Wir können vielleicht noch, äh, den Zuschauern noch ein paar, äh, Sekunden geben, ob sie noch Fragen stellen wollen. In der Zwischenzeit lassen wir dich mal einen Schluck nehmen. Äh, äh, wie, wie geht's dir nach dem, äh, Vortrag? Also erstmal vielen Dank, schon bis hierher. Ja, ähm, schön, ähm, was ich schade finde, aber können wir ja ohne, ähm, Ansteckungsrisiko eben nicht machen. Diese visuelle Interaktion finde ich immer ganz schön, weil man, live ist es einfach nochmal schöner, äh, zu, weil dann auch die, ja, Leute eher fragen und ich glaube, man da auch besser noch drauf eingehen kann. Ansonsten hat's mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte, ähm, ein bisschen motivieren, dass das sehr sinnvoll ist, mit JUnit 5 Tests zu schreiben und, ähm, dass das auch testen kann, Spaß machen, ähm, wenn das Framework das Richtige ist. Und ich glaube, äh, mit der Version 5, äh, sind wir endlich da, wo, wo wir hätten schon hinkommen sollen, wie früher. Mhm. Ja, es wird sicher, Tests werden so sicher viel lesbarer und eben das Schreiben selber auch, äh, weniger, ähm, äh, man muss sich weniger, äh, auf die, in die Backe beißen, um das wirklich zu machen. Wir haben, äh, zwei Fragen in der Zwischenzeit. Äh, Thomas fragt, sind bereits Pläne für JUnit 6 bekannt? Weiß ich nichts von, ähm, ich verfolge immer nur, dass, äh, jetzt in den letzten Monaten, äh, die Versionsupdates kommen. Also wir sind mittlerweile bei Version 5, 6, 2, ähm, und da wird ordentlich immer noch irgendwie unter der Motorhaube geschraubt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es da demnächst was geben wird, ähm, aber ich denke, das ist schon, so wie es jetzt ist, ist es schon ein großer, äh, guter Schritt. Ähm, aber die Frage, die vorhin kam, ähm, könnte man nicht JSON-Support bringen, das wäre, finde ich, auch eine Sache, die cool wäre, wenn das so ein automatischer Argument-Konvertierer wäre, weil wir haben ja gesehen, Local Date und verschiedene andere Sachen werden so automatisch, ähm, überführt und das ist einfach nur genial, wenn man da irgendwie einen Text hinschreibt und das könnte ja dann auch ein JSON-Objekt sein und das wird dann automatisch in irgendwie ein Java-Objekt konvertiert, aber kenne ich bis jetzt auf jeden Fall noch nicht, aber vielleicht schreibt ja jemand mal, äh, nach diesem Workshop oder dieser, in diesem Vortrag genau sowas und, äh, verteilt das mal in der Java-User-Konvertierung. Ja, und vielleicht kommen ja auch, äh, so Änderungen wie SRJ dann irgendwann mal in, in JUnit 6, äh, direkt rein. Vielleicht, ja. Dann nochmal eine Vereinfachung. Dann haben wir nochmal eine Frage von, äh, Stefan. Gibt es Änderungen bezüglich alternativen Runnern von anderen Frameworks wie Spring und so weiter? Das hat mich kürzlich auch schon beschäftigt, da bin ich auch sehr gespannt auf deine Antwort. Ähm. Also für die Migration von JUnit 4 zu JUnit 5, was muss man da mit den Runnern, gibt es die Runnern noch? Sind die irgendwie anders? Ähm, die, das wird irgendwie anders gelöst, aber da, ähm, Man braucht keine Runnern mehr, das wird irgendwie anders gelöst, aber ich bin mir da nicht so, mehr so sicher. Ähm, ich führe das eben meistens im, nicht im Kontext von den Frameworks aus, äh, sondern eben wirklich auf Unit-Test-Ebene. Aber, ähm, das müsste ich nach, nochmal nachgucken, da bin ich, ähm, kann ich jetzt gerade nicht perfekt eine Antwort aufgeben. Also würdest du quasi als, ähm, Nebenkommentar auch sagen, vielleicht, wenn man das im Spring-Kontext testen möchte, vielleicht ist das auch schon ein Indiz, dass man etwas über den Unit-Test hinaus schießt. Oder vielleicht auch den Code an der Test anders hätte schreiben können. Aber das ist nicht, also auf jeden Fall ist JUnit ja nicht nur ein Framework für Unit-Testing, sondern auch für Integration-Tests. Und insofern ist das durchaus auch in Ordnung, das zu machen. Aber ich benutze dann immer die Spring-Annotation, ähm, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie das mit diesen Runnern da im Hintergrund passiert. Mhm. Okay, gut. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ähm, dann haben wir im Moment keine weiteren Fragen mehr. Dann würde ich sagen, dann gehe ich, äh, über zum, äh, zum Abspann quasi, die Credits. Ich habe gerade nochmal zwei, drei, äh, kurze Folien. Ähm, dann gehe ich, wir gehen wieder zurück. Entschuldigung, ja. Genau. Ähm, wenn ihr noch ein bisschen mehr zum Unit-Testen wissen mögt, ähm, empfehle ich euch, ähm, mein Buch. Ähm, allerdings könnte man da auch bis zum Herbst warten, weil da wird es eine fünfte Auflage geben, die sich mit JUnit 5, äh, beschäftigen wird. Ähm, und ansonsten hatten wir vorhin schon im Vorspann mal kurz drüber gesprochen. Ich kann es mal wieder nicht sein lassen, weitere Bücher zu schreiben. Ähm, zu Java 14 gibt es was, was in den nächsten Tagen rauskommen wird. Und wer gerne kleine Programmieraufgaben löst und auch ein bisschen was zu JUnit 5 lernen möchte und wie man das halt für seine, äh, fürs Prüfen kleinere Funktionsbausteine nutzen kann, dem lege ich das Buch Java Challenge ans Herz. Das wird wahrscheinlich im Spätsommer rauskommen. Ähm, ja, das, wisst ihr, jetzt hakt es wieder, dann kannst du jetzt übernehmen. Gut, ähm. Gut, ähm. Ähm, im Chat, da wurde, äh, reiflich auch diskutiert und da gab es einen netten Hinweis vom Reto, dass es den Arguments Provider gibt, über den man eigene Sources für parametrisierte Tests implementieren kann. Ja, genau, dann habe ich das falsch gesagt, nicht Argument Converter, sondern Argument Provider, ja, sorry, genau. Ja, das könnte für die anderen Zuschauer sicherlich noch interessant sein. Okay. Danke, äh, Markus, für die Stimme aus dem Off. Ähm, vielen Dank, Michael, für den tollen Vortrag. Ähm, ja, schade, dass wir das nicht als Workshop durchführen können. Ich glaube, da gibt es sicher noch mal eine Chance, wenn dann dieser ganze kleine oder große Wahnsinn sich wieder etwas gelegt hat, dann laden wir dich gerne, wenn du, wenn du uns noch magst und wenn du noch magst, äh, gerne wieder mal zu einem Workshop ein, äh, und freuen uns dann darauf auch, äh, mit dir bei Pizza und ähnlichen Dingen über, äh, die Java-Themen, äh, Fach zu simpeln. Ähm, vielen Dank auch an euch, an die Teilnehmer, dass ihr, äh, aus eurem Homeoffice bei uns dabei wart, äh, in einer etwas anderen Form einmal. Ähm, wie gesagt, auch vielen Dank an unsere Sponsoren, ohne die ging es nicht, ähm, auch falls ihr selber noch nicht Vereinsmitglied seid, äh, vielleicht seid ihr das ja über, über euren, ähm, Arbeitsgeber. Ähm, man kann aber auch sehr leicht Einzelmitglied werden, das kostet gar nicht viel, sobald wir wieder Aperos organisieren, habt ihr das, also, habt ihr eure, äh, Teilnahme mit einem Apero wieder rausgehauen. Ähm, ähm, und nochmal ein ganz grosses Dankeschön an Ursula und Markus, die, die Technik, äh, im Hintergrund so toll gemanagt haben, dass wir das hier, äh, überhaupt durchführen konnten. Ähm, ähm, genau noch der, der letzte Punkt noch, ähm, sobald wir diesen, dieses Webinar, ähm, beenden, offiziell, äh, werdet ihr weitergeleitet auf dieses Feedback-Formular. Ich hab's eingangs schon kurz erwähnt, bitte füllt das aus, das hilft uns, äh, auch auszuwerten, wie euch, äh, diese Form gefallen hat. Ähm, ihr könnt das auch brauchen, um, äh, Michael noch Feedback zu geben. Wir werden ihm dann die Auswertung auch, äh, zur Verfügung stellen. Äh, äh, da, da helft ihr uns und es gibt, wie gesagt, auch eine IntelliJ-Lizenz zu gewinnen. Also, es mitmachen lohnt sich, falls ihr nicht selber schon eine Lizenz habt und sonst helft ihr uns einfach. Also, vielen Dank. Ähm, Michael, hast du noch etwas anzufügen? Ja, noch gerne. Ähm, vielen Dank auch von meiner Seite für das rege Interesse. Es waren ja irgendwie, äh, fast 200 Leute, die da, ähm, äh, ja, beigewohnt haben. Freut mich, dass das Interesse so groß ist. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen motivieren, ähm, dass Unit-Testing endlich Spaß machen kann. Und, ähm, ähm, ja, wünsche euch noch einen schönen Abend und sag nochmal Danke. Vielen Dank. Wir werden jetzt losschreiten und ganz viele Unit-Tests, äh, schreiben. Sehr gut. Vielen Dank. Ähm, Markus, magst du noch etwas sagen? Nein, wir sind damit, glaube ich, fertig. Wünschen allen einen schönen Abend. Gut. Kommt gut nach Hause, falls ihr das nicht schon seid. Schönen Abend. Tschüss miteinander. Tschüss. Ciao. 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 Σ-A-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B.B. Untertitelung des ZDF, 2020